hallo meine pokémon freunde ich bin marlon aka pokebubu und ich zeige euch heute den gesamten pokédex aus pokémon new snap so hier haben wir die liste mit allen pokémon aus pokémon snap den link zu seribi.net werde ich euch natürlich auch unten in der beschreibung hinterlassen ansonsten geben wir jetzt mal ein paar highlight pokémon für mich persönlich und zwar bisaflor glumanda glurak tourtok perfekt was mich wundert dass madbo nicht dabei ist finde ich auch ein schönes pokémon das könnte auch noch gut mit reinpassen natürlich pikachu alola raichu sandama ein sehr schönes pokémon mashomai habe ich persönlich auch schon eingefangen sehr schönes pokémon in new snap genga freue ich mich persönlich auch schon drauf kangama sehr schön pinsier lapras dann aquana blitzer flammara erudakumiyu tornupto eins meiner all time favorite pokémon ich liebe tornupto arios finde ich sehr schön ixbad pichu sehr schöne pokémon dabei psiana nachtara stahlos scaraborn ansonsten hundemann bin ich ein riesen fan von suikun lugia hohoselebi habe ich bis jetzt auch noch nicht gefangen aber ein wunderschönes pokémon ich bin mal gespannt wie das in szene gesetzt ist im spiel tango ist auch sehr interessant guado war letar king wunderschöne pokémon weil ort leider in dem moment in new snap in weil ort auftaucht tierische frame drops kann ich euch jetzt schon mal vorwarnen das geht auf keine kuh und wie da die frames runtergehen zeng und wie peters auch sehr schön milotic wie raschi mega geil habe ich bis jetzt auch noch nicht im spiel gesehen freue ich mich drauf ist ein wunderschönes pokémon luxtra so wen haben wir noch glaciola mannafi wunderschöne pokémon wie gesagt wenn ihr die liste sehen wollt ganz in ruhe ist unten der link da könnt ihr gerne mal vorbeischauen emolga auch ein schönes pokémon golgantys ich bin gespannt wenn wir ganz ist bei mir auftaucht trike fallo auch ein sehr schönes pokémon monagoras da bin ich auch mal gespannt ich kann mir zwar schon vorstellen in welchem habitat er sein wird aber habe ich bis jetzt noch nicht gesehen felinare auch sehr schön xernia's uhafnir wen gibt es hier noch schönes costoso tektas ist auch extrem schönes zenlong bin ich gespannt drauf anscheinend aus der achten generation nur die grundform also hoplo memion und shimpeb bis jetzt die entwicklungen scheint es nicht zu geben das war es auch schon mit der mit der liste leider nicht die entwicklungen von knapfel über schlapfel und ja da habe ich mich schon darüber gefreut snom finde ich auch ein sehr schönes pokémon aber ja schade ist auch dass die entwicklung von dem geister pokémon nicht dabei ist das kolossant darüber hätte ich mich auch gefreut aber ja die liste ist sehr schön sehr schöne pokémon dabei tromborg freue ich mich auch schon sehr drauf beden habe ich bis jetzt auch nicht gesehen amagaga bin gespannt wie sie pokémon alle einbauen wollen aber einige pokémon fehlen mir muss ich sagen also ja ein paar pokémon vermisse ich auf der liste aber ansonsten ist es ist eine schöne liste ja das spiel macht mega viel spaß ich habe schon ein review aufgenommen zum spiel ob ich euch quasi dieses spiel empfehlen würde zum kaufen bis jetzt finde ich super macht mir extrem viel spaß aber ja ich habe das spiel selber erst sechs stunden gespielt und gestreamt auf twitch tv falls ihr mal vorbeischauen wollt könnt ihr gerne mal unten auf den link klicken ich selber habe noch nicht alle dieser pokémon gefangen also eingefangen auf dem foto aber ja ich hoffe dass ihr euch gefallen bis zum nächsten mal ciao ciao